Entschuldigung, da sind wir wieder. Also, da haben wir dieses Gekleppere, das mich gerade nervt. Also will ich das zusammenbaut. Plack, da haben wir es. Und jetzt kommt es nämlich drauf an, dass wir hier unseren Tonnenmussass auch hier haben. Ja, wir haben das Mosasauri-Skelepp. Nein! Ich will nicht die Skelett-Version. Danke. So. Wir sind Mosasauri. Yeah. Hä? Was kommt denn davon unten hoch? Egal. Oh Gott. Was? Der schreit. Äh, nee. Moment mal. Nein, nein, nein. Wir müssen doch wechseln. Äh, warum? Es sagt mir halt nicht... ...zum... Dankeschön. Ich weiß nicht, wie ich nach unten komme. Achso, okay. Äh. Oh, was? Moment, Leute. Wie komme ich denn wieder hoch? Oh, ganz langsam. Okay, es gilt trotzdem noch. Hä? Ich habe schon irgendwas zerschrien, Mann. Oh, da hat es so ein Unzeppich. Nein. Was ist das? Irgendwas eingesammelt. Zierstern. Okay. Ey. Komm schon, ich habe die Zierstern. Hm. Was noch? Ach ja, hier konnte man eigentlich super... ...weißt... ...sachenfarm. Äh, Geld. Oh Gott, ich weiß ja das. Oh, Hunter. Okay. Hunter. Gut, wo ist das Ding? Ist ich ruhig? Ja. Oh, da ist noch was zum Schreien. Unter Wasser. Wax. Und ich habe freigeschalten. Ein riesiger Haufen Steine. Welche Steine haben wir denn jetzt? Ah, okay. Wir haben die ganzen... ...Golden Steine bekommen. Okay, wo... ...wo ist das? Ah Gott. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich das jetzt mitmache. Habe ich das? Ich weiß nicht, wohin. Äh. Hoch. Oh Gott. Das war jetzt sehr kulant. Von den Entwicklern. Das ist noch zu 10. Oh Gott, bitte. Haufen. Haufen. Nöt, 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 nöt. Können sie schneller fahren? Ungeschafft. Freigeschaltet. Yay. Yay. Kann ich raus? Ich bin nach oben. Komm schon. Lass mich um. Nein. Nein. Ich rauche da. Na gut. Daneben nicht. So. Was gibt es denn hier drüben? Hä? Was? Ist da unten noch was? Sorry. Ich muss das noch schnell anschauen. Da blinkt noch irgendwas unten drin. Hey, muss das was stören? Guck dich's an. Guck das was? Ich bin verwirrt. Es ist blau. Es ist blau, es ist blau, es ist blau, es ist blau, oder? Das ist es. Äh. Da ist Hemd. Schon Hemd. Vergiss ne Welt. Ach, das ist so gemein. Brecheisen. Nein. Was? Was red ich denn? Äh. Ich brauche einen... Typ der Reparier ranken. Oh, ich weiß nicht mehr wer. Der kann zum Beispiel reparieren. Sehe ich das falsch? Ist ein Bug. Hä? Da unten? Ich verstehe es nicht. Und ich zeige es voll auf das Ding, was, wenn ich jetzt Barry nehme, kann er da drauf schießen? Oder da drauf? Oder hier irgendwie? Hier kann ich was. Hä? Kann ich da oben irgendwas machen? Das ist ganz unten? Hm. Hey. Kannst du auch nicht kaputt machen, irgendwie. Ich versteh es nicht. Kann ich es reparieren? Kann ich... Ich weiß nicht. Muss ich den Knochen haben? Hallo? Muss ich den Knochen haben? Muss ich den Knochen haben? Hey, Leute! Na, was geht? Muss ich ein Dino sein? Muss ich es abspucken? Muss ich reinklettern? Irgendwo... Da vielleicht muss ich... Keine Ahnung, was der macht. Ich meine, es ist blau, aber es lässt sich nicht reparieren. Irgendwie... Muss ich es zuerst reparieren und dann zusammensetzen? Das wäre irgendwie blöd, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es was. Ich will noch fünf Knochensteine. Okay... Das ist echt nachschauen? Ich will nicht nachschauen. Was gehört drüber und dann? Ich wechsle mal auf Barry. Vielleicht kann ich jetzt was abschießen? Wo ist da oben? Hm? Nein, ich hab keine Ahnung. Kann er das nicht? Wann kann es er nicht? Ich bin bloß Wildhüter. Hm. Ist irgendwas goldenen? Warum? Ist das blaues? Irgendwie ist es da unten? Irgendwer auch nicht. Also wenn es um den Dingens geht, den haben wir schon. Den ist das... ...Hot. Okay. Ich war gerade auf dem Ding uns auch nicht. Kann ja jetzt nicht sein, dass ich dir versage wegen einem Teil. Vielleicht ist ja doch was zu reparieren. Ich meine, es ist blau. Und schon lass... Lass mich es reparieren. Egal was. Ins Auge schießen? Ja. Nacken? Irgendwas? Ich tue mir leid ohne. Es fehlen noch fünf. Schön, da waren wir. Das haben wir gemacht und jetzt haben wir noch die zwei. Dann... Tja. Schwergibit. Let's go. Nein. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erzählt. Nein. Und das ist das Parkhaus. Nein. Ich habe eine Kompi gemobbt. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Leute. Kann sie schießen? Oh, sie ist nützlich. Wenigstens einmal. Habe ich eigentlich die Dinger an? Ich werde dich aufziehen und füttern und meinen eigenen Sohn behalten und behandeln. Nämlich den, den ich nicht habe. Einen viel besseren. Ja, der hat ja auch den Enten. Wipp, wipp, wipp. Schon wieder so ein... ...Kompi-Verpügelding. Was habt ihr jetzt davon? Weil ihr euren Kollegen... ...gemobbt habt. So sehr. Jetzt verpügel ich euch halt. Was habt ihr davon? Das macht man nämlich nicht. Das hat's nicht getroffen. Okay, ist kein... ...Secret. Das auch nicht. Schade. Ähm. Typ, der reparieren kann. Ja, zum Beispiel. Wow. Yeah. Willkommen. Da geht's ab. So. Los geht's mal. Entschuldigung. Mach schon wieder alles kaputt. Die machen das einfach alleine. Dreimal. War schon ein bisschen schernd. Hä? Ach, komm schon. Hat auch keine Ahnung. Was bist denn du? DJ Master Frank. Was ich auch nicht. Aber er. Yay. Da ist ein Feuerlöscher. Oh Gott. Die armen Fledermäuse. Die haben bestimmt Kälte drin. Ja. Ja. Ich schau ganz schnell. Ich hab die Detektoren an. Ja. Einmal irgendwas. Steak. Nöp. Hopp. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dinobor. Ja. Ist mein letzter Freund jetzt, oder? Ja. Yeah. Kommt wir. Yes. Und das ist mein letzter Freund. Und. Und das musste da hoch. Weil ich vergessen hab, dass da weiter geht. Sorry. Ich hätte es auch abkürzen können, aber. Ich kann den Kompi nicht allein lassen. Es geht einfach nicht. Ich kann die Verbesserung meine alleine lassen. Ja. Alles gut. Es kommen wieder die bösen Kompis, oder? Wovon ich hier irgendwas aufmachen kann. Oder? Oder nein? La 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 la. Hier der Kompi. Besser Freund der Welt. Mach nichts böses. Kommt schon mal vor auf. Weil er denkt... Blöd. Ich hab ja Gäste. Tada. Ja. Er wollte das Auto wieder zum... zum Brennen bringen, zum Laufen. Da kann ich ja was... abschießen. Gut. Dann einmal mein Kuh. Was kommt da? Aja, Benzin. Benzin. Gluck, gluck, gluck. Yeah! Da muss ich sehen. Der Typ, der alles aufbricht. Wuh! Nice! Jetzt ist es irgendwie nicht mehr so spektakulär, wenn man... nicht mehr tippen muss und so. Also so. Aufmachen! Jo! Ist gut. Mach ich. Ja! Auch nur ein Rad natürlich. Kling! Danke! Okay, wir brauchen dieses Rad. Oder auch nicht. Was brauchen wir denn? Das Grüne? Moment. Grüne können wir doch bestimmt für irgendwas gebrauchen, oder nicht? Kann ich's da nicht mal wegtun? Kann ich dir auch einen Appen zeigen, wohin? Öh, der Kumpi wurde zu meinem kleinen Bruder. Achso, ja, das war ja draußen. Okay. Hm. Aha, getackt. Ich bin total gut. Lass mich durch. Dankeschön. Hm, ich bin auch so ein Chirisipax-Kleber. Coming in Gen Attraction. Oh, cool. Yeah. Wir haben hier alle schon mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr. Ich kletze euch mit dem Bezirk-Kanister. Oh, ich hab' meinen Freund gekletzt. Warum? Ich drifte immer... zu den anderen... für Musiken. Und tauchen. Endlich. Jetzt sind wir's los. Oh, da ist was zum Schießen. Oh, er kann das. Achso, ja dann. Achso, das war das. Ach man. Was tun. Ähm. Ich brauche ihn zum Beispiel. Hm. Was ist denn das für einer? Kann sie das? Kann sie das? Nö. Kann sie nicht. Okay. Wer kann denn das? Sie kann das. Wo geht sie denn hin? Einmal hin und wieder zurück. Was gibt's da? Jo. Klar. Warum nicht? Oh. Das war nicht das Richtige. Charlie, hör auf damit. Na mit dem Scheiß. Was soll das? Das war das letzte Mal, Charlie. Hup. Ha. Gut. Klar. Da kann ich genau nicht runterspringen. So. Dann haben wir. Wo gehört das Grünel? Hm. Das kann doch nicht sein. Der war draußen, oder nicht? Oh. Irgendwie nicht. Ach ja. Das kann doch. Aber wieso können wir das nicht anmachen? Okay. Es muss irgendwas da drin sein. Oh nö. Habe ich jetzt das? Oh nö. Rad verpackt. Nein. Bitte nicht. Nein. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Verdammt. Oh. 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 Ist nach vorne gekommen. Yes. Okay. Es war da oben. Finde ich hier nichts? im ernst moment ist die idee die idee also wird nicht mehr nach unten kommt wenn er nach oben kommt, muss vielleicht hier hin hä? vielleicht nicht von hinten hin? da? nein! nein! oh gott, wo gehst du hin? hä? was gibt es das? ist irgendwas, das ich noch nicht gefunden habe he he toll hm gibt es hier irgendwo irgendwas oben drin? schmeck mal das dinge dankeschön das ist das auch nicht das ding kann man auch nicht abschmeißen glücke ich nicht rein, es ist dunkel für was kann ich das auflesen nochmal? hä? ich hab halt auch keinen pfeil wohin mit dem kann ich nichts machen hier? kann ich nichts machen hier? jetzt warte mal jetzt warte mal kann ich mich mit dem anmachen? kann ich das als als satrat hin tun? was ist da oben hin? ich bin jetzt schon zu weit gegangen? irgendwas schon wieder übersehen? was ist da oben hin? ich bin jetzt noch mal irgendwo hin oder nicht? war das nicht so? war das nicht hier? was war da hin? mal schnell zum kompi werden mal schnell zum kompi werden ok einen moment da geht's nirgends doof wo ist denn das? ein rad irgendwas zum zerschießen noch? wir brauchen irgendwie so ein ein anderes auto noch ach so etwas wo wir etwas anderes ding draufstecken können das wollte ich nicht abschießen ich wollte das da abschießen da ist noch so ne Brille kann ich denn da abschießen? ah aha stopp hast du verdient will ich noch irgendwas rausnehmen? hey DJ Morpho? hm hey guck guck du hast es jetzt gerade geschafft Dankeschön war das grad war das grad grad irgendwas zum schießen auch? nein da hat nicht aber irgendwas irgendwas war da da hab ich das jetzt hab ich das jetzt achso nö jetzt hab ich das Junge warum geht das nicht nicht ich muss irgendwas mit dem rad machen kann ich da was anschießen? hä warum kann ich das ich kann auch nicht springen mit dem ich kann auch nicht springen mit dem boing okay ich kann ich bin immun gegen Dunkelheit mit dem und ich komm nicht mehr rauf oder? oder? hier hier haha ist hier irgendwas? ich verstehe es nicht ist hier irgendwas? ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht was soll ich mit ihm? ich denke es ist eigentlich etwas mit dem da aber raus kann es nicht? das hat okay ich mach hier nen Cut und schau mal schnell nach bevor ich hier ne weitere halbe Stunde oder ne wieder und das jetzt schon ging äh rumprobier extra ich bin da ich bin da tsch 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 tsch